Ich habe keine Waffe, aber ich habe ein bisschen Munition abgrasen können. Da vorne ist übrigens ein Fahrzeug. Der Stimme bin ich jetzt ein wenig gefolgt. Ich habe mir gedacht, ja, klaust du vielleicht das Auto. Aber ich glaube, da sitzen mehrere im Auto. Da vorne ist einer draußen und da fährt einer im Auto drin. Ich glaube nicht, dass wir die Möglichkeit bekommen werden, aktiv zu töten bzw. das Auto zu klauen. Aber ein Versuch ist es wert. Verrat mich doch nicht hier. Wo ist es denn jetzt, das Fahrzeug? Ich glaube, das ist ein Polizeiauto. Na, wer sitzt da wohl drin? Oh. Mach mir nicht so einen Ärger hier. Ich warte jetzt nur noch darauf, dass er vielleicht aussteigt und ich ihn das Auto klauen kann, Leute. Ganz ehrlich. Ich bin total geil da drauf. Ich will Autos klauen. Ich bin Autodieb. Ist er denn jetzt da? Ja, ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Aber er wird anscheinend nicht aussteigen. Deswegen habe ich mich entschlossen, weiter zu wandern. Schade eigentlich. Wirklich. Ist aber ganz lustig heute. Also man merkt wirklich, dass hier diesmal wirklich genug Leben drin steckt, um vielleicht irgendwas zu erleben. Und das erste, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt gucken, dass ich meinen Jeep mir zurück erobere, den ich irgendwo abgestellt habe. Dazu müsste ich jetzt erst einmal schauen, das war ja in der Nähe des Flugzeuges des Abgestürzten und, äh, ja, damit könnte ich eventuell noch jemanden plattfahren, verfolgen oder sonst was machen oder ihn halt nur linken, indem er mich verfolgen tut. Und ich dann nicht irgendwie verstecke und aussteige und ihn dann plättere. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Da vorne ist Licht, Leute. Da. Klein Militärbase. Ist das nämlich die Olle-Kuh mich da verrät und die auch nicht, du, du auch nicht. Ihr seid alles Verräter. Es ist hier wirklich alles trügerisch. Da müsste das Fahrzeug irgendwo sein. Yeah, ich dich auch. Nein, er hat es also, ich sollte auch schauen, wie ich es auch rauskomme. Ich kann Sibbo immer noch nicht hören. Ja. Schade. Entweder ist die Bahn nicht so klar und sind ein ganzer Portion oder ein Kölge. So, erst mal Wasser. Das brauche ich definitiv. Und vielleicht ist hier noch eine Waffe. Das wäre jetzt meine Rettung, Leute. Ich bin jetzt erstmal durch. Oh, die sind aber ganz schön wütig heute, ne? Ich bin zu tot, ich bin zu tot. Oh Mann, wie viele sind das denn noch hier? Also was zu futtern. Eine Bandage. Aber leider keine Waffe hier. Ich habe jetzt echt die Hoffnung gehabt, dass hier irgendwie eine Waffe ist und dass wir vielleicht noch was abgrasen, um die dann fertig zu machen. Aber wenn hier nichts ist, dann ist hier nichts. Oh, aber gute Munition. Die lasse ich mir nicht entgehen. Okay. Die lasse ich jetzt liegen. Egal. Wir gehen weiter, bevor es hier wirklich noch mir zu heikel wird. Und denn, ich glaube nicht, dass es hier so ruhig bleiben wird. Haha. Scheiße, ich habe den vollen Tank eigentlich mitnehmen können. Leute, habt ihr gehört? Keinen vollen Tank. Ich kenne die verkackte Karte nicht. Ich steige schnell aus und du fährst. Voller Tank. Wisst ihr, was es bedeutet? Wir hätten eigentlich auch gerade auftanken können. Das heißt, ich kann da jetzt wieder hinfahren und die fertig machen, Leute. Ich werde jetzt mal hier langfahren. Ich habe mal gesagt, oh, der ist der Wohlstar, der ist der Wohlstar. Weißt du, zu uns wäre das... Ich pumst die jetzt mal hier an. Oh, wie Nivea los sei. Ja, für die Xbox One kommt es ja wahrscheinlich gar nicht raus. Nur auf die Schweiß PS4. Oh, Leute, Leute, ich werde eingeknallt. Alter, Alter. Guck mal, was ist das an hier? Ich habe mir überlegt. Diese verdreckten Sony-Sposten, Alter. Ohne Scheiße, ich hasse Sony. Ey, ja. Sony ist cool, Mann. Deswegen habe ich mir auch die Xbox One gekauft, weil ich einfach... Ey, ich hasse Sony auf den Fest. Sony ist geil. Sind die vielleicht hier jetzt irgendwo noch? Und denn ich habe ja... Zipro habe ich auf der Xbox One erst einen mit Zipro oder so. Ja, das liegt einfach daran, dass ich zu Zeiten einfach nichts habe, was mich so auf Xbox One interessieren könnte. Da einfach nur die Titel nicht so richtig draußen sind. Soll ich direkt den Tank aufnehmen? Das ist echt hier ärgerlich. Ich habe auch keine Waffe jetzt hier. Leute, was soll ich machen? Ganz ehrlich, soll ich nochmal die Gefahr dahin fahren? Aber die campen da anscheinend so stark, dass ich da überhaupt nicht dran komme. Nein, ich habe vier Volle dabei, ne? Ich habe auch zwei Volle. Ihr habt es ja gesehen. Es kamen gleich Schüsse, als ich da hinten bin. Hier, abdrucken, Zombies. Alter, ich kann mich nicht bewegen. Guck, ich hab das mal hier an. Wie viele sind es denn noch hier? Eine Milliarde Zombies, ey. Okay, ich werde mich hier erstmal verziehen. So hat das Ganze keinen Sinn. Ich dachte eher, dass die hier irgendwo sind und ich die vielleicht plattfahren kann. Daraus wird aber leider nichts. Ja, Hype-Vorteil, ne? Ich gucke jetzt mal aber gleich da oben, ob da irgendwie eine Waffe ist. Da oben könnte jetzt eine sein. Erstmal hier drüben rum. Ja, ich brauche jetzt echt eine Waffe. Anders geht es jetzt hier nicht. Was für ein Sichtspiel ist das in der Aufrufe? Wenn ich am Kämpfen bin, also so wie jetzt gerade mit der Axt, dann spiele ich immer in der Ego. So, hier hoch. Oh, Licht ist an. Ich bin in der nächsten Autos, ja. Oh. Oh, Alter, ich habe Schiss. Aufgesagt in der Nähe. Ich gehe jetzt mal lieber hier weg. Kein Sinn, Leute. Ich muss jetzt schauen, wo ich Land gewinne. Also böse Camper hier. Böse, 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 böse Camper. An die komme ich auch nicht ran. Das könnt ihr euch abschminken. Das funktioniert überhaupt nicht. Da habe ich überhaupt gar keine Chance. Boah, was war da gerade ein Licht an? Hä? Ja, hallo, wer hat das gerade gesagt? Hallo. Wer spricht denn da? Oder wie ich? Jetzt ich. Jetzt kommen schon mehrere hier rein, oder wie? Es gibt zu viele, ich suchte. Es ist die erste Welt. Aber du hast mir neulich. Ja, ich habe auch nur noch 40 Benzin. Ich muss immer echt gucken, dass ich jetzt hier aufpasse, sonst habe ich gar nichts mehr am Ende, Leute. Oh mein Gott, Alter, das schreckt dich nicht so. Wie schafft ihr das denn immer, mit Sinn, um mal zocken zu dürfen, Alter? Keine Ahnung. War zu voll. Na ja. Es wurde sich so ein komisches Gefühl, weil ich das dann auch alleine war, ja. So habe ich sie mich, glaube ich, so verstanden. Ja, also Nachrichten kommt mit, dass er, ja, das ist komisch, weil da ist es ja eigentlich nur mit der Leine. Und zwar, das ist ja zu wenig, das ist jetzt kommt. Was heißt denn, ich weiß, eine Frage, was seid denn hier? Weil wenn ihr jetzt zwei Leute nicht findet, ne, und die abknallt, dann seid ihr komische Menschen. Weil es kann sein, dass ich und Let's Play sind, dass sie das sind. Scheiße, ich bin Lupe. Wartet ihr gerade in der Militärbasis drin, wie sie da? Ja, in der ganz großen, ja, wir messen gerade die Zombies ab. Ja, habt ihr es anders in der Auto gesehen, dann tschüss, die gehört direkt danach. Oh Mann. Alter, zwei volle Magazine, bis ich dann gehe. Alter, komm, wir gehen zum Polizeiauto und hauen die ab, weil wir schon verpackt sind. Ja, ich hab voll amt, weil die Motor, äh... Ist das, ey, echt abgefahren hier, Leute, ey, wirklich, du. Also, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich hab Angst, Alter, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Ich hab auch schnell das Auto... Ah, äh, äh, ich komme hier. Oh nein, ich kann hier einsteigen und ich kriege Schläge, was denn das ist so eine Schockreise? Oh ja, ey, ihr schnitzelt euch gegenseitig hier ab, oder was? Ah, ich bin hier einsteig. Ich bin hier einsteig, ich bin hier einsteig, ich bin hier einsteig, ich bin hier einsteig. Ich muss jetzt mal gucken, wo lang hier ist, oder? Nein, da kommt ein Auto! Es ist irgendwo, es ist irgendwo, es ist irgendwo, es ist irgendwo! Oh, 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 es ist irgendwo! Ah, liebe Schweine! Ich muss abhauen, ich muss abhauen, Leute! Hat der dich getötet? Ja, der hat mich umgefahren, Lisa! Oh! Ich krieg die Krise! Wo bist du gestorben? Oh, da ist er! Da ist er! Da ist er! Leute, da ist er! Adrenalin! Fick dich! Adrenalin! Nein! Aha! Alter, ich laufe die ganze Zeit im Kreise! Simo! Nein! Simo, leck mich! Leute! Leute! 井LA! Ich brauche Waffen! Ei, Simo steht da hinten! Er steht da hinten jetzt hier mit seinem Auto! Scheiße, leute, ich brauche Waffen! Oh! Ich weiß nicht, wo er ist! Oah! Ich sehe nur ein Auto! Oh, ich habe Munition und alles Waffe! Und ey, siker alles,... Der fährt los! Leute, ich habe voll den Loot abgekremst. Hey, Driver Dr. Cialini, der sitzt in meinem Auto. Ich gehe denn raus. Ja, wie denn? Oh, in die Mitte vom Fahrzeug schießen. Leute. Ich habe jetzt schönen Loot dabei, ich schwöre es euch. Ich kann jetzt alles machen hier. Ich habe sowas Zelt gefunden. Ich kann nicht mehr ins Auto einsteigen. Ich gehe jetzt den auch noch abknallen, Leute. Wo ist denn das kleine Städtchen? Äh, der Knast hier. Wo ist der denn nochmal? Mann, jetzt bin ich hier auch noch falsch, du. Ja, weil ich so abgehauen bin, Leute. Ich war so voller Adrenalin gerade gepumpt, dass ich noch nicht mal wusste, was ich da mache. Okay, ich muss etwas süffeln. Ja, ich habe ja genug dabei. Geil, schaut euch das mal an, ey. Ist das ätzend. Ja, ist alles ätzend, ich weiß. Ich muss den Kopf ab mit meiner Arzt. Auch wenn es leider nicht geht, aber... Ja, geil, ne? Geil. Wenn man einen NG hat und nicht wegstellen wird, aber... Versuch es ist mehr ab. Guck mal, wieso kann ich denn nicht in das Auto einsteigen? Jetzt müsst ihr das scheiß Auto stehen lassen. Ja, egal. Tja. Ja, zu Fuß ist immer toll. Warte mal, hier liegen Sachen. Hier liegen voll viele M9-Magazine und so. Ja, ja, das ist meine. Oh, Leute, wo ist denn jetzt hier der Knast, ey? Ich such grad den Knast, Mann. Ich komm hier voll durcheinander. Ich bin hier voll der Kreisläufer heute. Ja, das ist meinst du, dass man wusste, wo überfahren hat. Wenn es hier pro Bahn. Ja. Auf jeden Fall hat derjenige deinen Rucksack mitgenommen. Ach, dieser Wichser. Oder hattest du einen grünen Rucksack? Ist das geil, ey. Ich stehe voll drauf. Ach, Mann. Da ist er. Da ist einer. Irgendwo hier am Knast muss der sein, Leute. Hier am Knast. Den werde ich auch noch abknallen. Oh, Mann, ich kann nicht in dieses verkackte Auto einsteigen. Ich krieg gleich einen Raster. Okay, Leute, ich knall den jetzt ab. Wo ist der? Ich glaub, da steht er. Da steht er, ne? Okay, Leute. Jetzt ist er dran. Nee. Nee. Ich hab den gerade nicht nach nachgeschrieben. Ich glaub, er das mit dem Auto war. Nee, nee. Nee. Aber was will ich auch noch mal ein Kollege sagen? Super, nein! Leute, da ist noch mal. Ich bin tot. Oh, Mann, gut, ich bin tot. Geburt. Yeah, Baby. Scheiß drauf auf den Loot. Ist es zwar ärgerlich, dass ich jetzt alles verloren habe? Oh, Mann, Sybil, du Spaß, ey. Das gibt's doch nicht. Ich verfolge die jetzt einfach, Leute. Ey, ich, es ist nicht so tragisch. Ich habe in meinem Zelt noch drei andere MG's. Ich hol mir jetzt einfach eine neue. Ich folge deinem Zelt. Oh, Mann, ey. Ich möchte mal gerne wissen, wo die anderen sich hier alle auffallen. Ich hatte so gutes Zeug dabei, ne? Ich hatte eine MG mit saufender Munition dabei. Ich hätte ihm mal hier lang folgen. Da ist er. Da lang. Ich bin nur niveaulose Mensch. Niveaulose Menschen dürfen das machen. Tja, wo ist er denn jetzt hier? Hier irgendwo war doch gerade jemand, Leute. Hier hat einer mein ganzes Zelt gelootet. Du mindest Kerl. Ja, wo denn? Ich war es nicht. Junge, dieser Wichser. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hatte vier MG's und alles in meinem... Ich war es nicht, Leute. Ich war es nicht. Ich habe nur eine Wasserfisch rausgenommen. Es war eine Schottgartenstolen. Nein, hier sind auch viele MG's und alles Mögliche drin. Nein, das ist meins. Wo ist das denn? Komm, sag's doch. Oh, Alter, ich renne mit. Dieser Idiot, der hat mich gemerkt, dass ich hinter ihm... Wo ist der? Ich renne ihm jetzt hinterher und knall ihn ab. Wo ist die Sau? Ey, wenn das Zilbo oder Wenders... Oh, Mann, ich bin mal gespannt, wer von euch das war. Der hat mein Zelt gelootet und haut ab. Es kann als Zilbo, Wenders oder die German Deklar gewesen. Oh, Mann. Oh, Leute, irgendwo knallt's hier. Aber wo? Von hier oben vielleicht? Dieser Wichser hat mein ganzes Held gelootet. Was für ein Wichser. Oh, hier ist auch ein Zelt. Nein, ich meinte jetzt nicht Sippo, sondern diese... Schade. Das war, glaube ich, vom Veno das Zelt. Okay, Veno, du hättest mir ruhig was drin lassen können, Veno. Oh, Mann, oh, Mann, ich hab wirklich einen Adrenalinkick gehabt. Ist das gut? Ich hab ihn erschossen. Ich werde mal schauen, was in der großen Militärbase abgeht. Hier ist mein Zelt. Nimm alles raus, was du kannst. Ja, nimm alles aus dem Zelt, was du kannst. Das hier ist mein Zelt. Ja, ganz ruhig bleiben. Ich werde jetzt mal hingehen und gucken, was da abgeht. Nein! Ich bin schon wieder tot. Oh, Leute, ey, was macht ihr mit den armen Kerl? Ganz ehrlich, du. Oh, Mann, ey. Ich feiere drauf, ich schwör's euch. Echt. Da kann ich nur eine Party feiern da drauf. Oh, mein ganzes Zeug hier. Da ist jemand, seht ihr das? Wer das ist, der sollte sich schämen. Ja, ganz ehrlich, ne? Guckt euch das an. Guckt euch das an. Seht ihr das? Schäme dich, Junge. Ich leck mich. Ich bin tot. Der Bruder kann nur die gewesen. Das war Spaß. Ich schrei. Boah, ist der Provenzul? Nee, nee. Ja? Das war alles, was ich da gelegen. Ah, ah, ah. Alles bin ich auch nicht, ja? Ganz ehrlich, also alles kann ich nicht und bin ich auch nicht. Ich versuch jetzt mal hier so rumzugehen, dass der mich nicht sieht, der Typ. Nein, wirklich nicht. Ich campe nicht. Ich campe wirklich nicht. Versuch jetzt hier drum rumzugehen und, äh, ja, diesen Camper da. Aus dem Weg zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich's schaffe, Leute. Ganz ehrlich. Ich hab jetzt echt Pumpe. Wo ist er denn? Irgendwo da oben, ne? Da ist er. Ja, klar, jetzt stehe ich nicht mehr am Zelt und bin nicht mehr am Looten. Jetzt kommt keiner mehr. Wenn ich jetzt hingehe und loote mein eigenes Zelt sehr, ja? So, ich muss das Zeug jetzt schnell looten. Ich muss jetzt hier ganz nach unten wegen Rucksack und so. Okay, ich hab keine Munition für diese Waffe. Oh man, wie... Oh, da ist auch noch was, Leute. Nein, das ist nur ne Axt. Scheiße. Ich brauch Munition dafür. Da! Da, Leute, Munition! Eiersalat! So. Oh, schön, 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 schön. Wer auch immer das war, ne, dem geschieht das jetzt echt recht, ne? Also ich hab jetzt kein Mitleid mit dir da oben. Oh, da ist noch mehr. Da ist noch mehr, Leute. Da ist noch viel, viel mehr. Ist da auch noch was? Ist hier vielleicht irgendwo auch noch was in der Ecke? So, egal. Wir gehen jetzt so weiter. Ja, da ist das Auto übrigens. Das nehm ich mir jetzt auch noch. Und verziehe mich damit. Oh, hab ich mich erschrocken wegen dem scheiß Auto-Crash-Sound. Tja, Leute, ihr seht es. Heute ist wirklich eine Menge los. Aber ich würde gerne auch mal jetzt einen kleinen Cut machen, denn ich möchte mich gerne ordnen und meine, ja, wie soll ich so sagen, ja, meine Chakren bündeln. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich den nächsten bündel, den ich killen kann. Bis gleich. Tja, da hat es den einen oder anderen eiskalt erwischt. Verdient haben sie es ja eigentlich, nachdem ein bisschen über mein Slender The Arrival Let's Play gelästert wurde. Nun ja, ich hatte meinen Spaß und wir werden auch weiterhin unseren Spaß haben. Bis zum nächsten Mal mit Epoxy Community 2 Bye. Untertitelung des ZDF für funk, 2017